Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Jesse, und in dem Video schauen wir uns mal an, ob sich Diablo 4 Vessel of Hatred, das neueste Add-on inklusive Season 6, lohnt. Genauer gesagt, lohnt es sich für einen Wiedereinstieg? Ist es gut genug um eure Zeit, weil es sind ja doch ein paar sehr gute Spiele draußen, es gibt ein neues New World oder halt hier ein Reloaded, es gibt Throne and Liberty, Pass of Exile 2, kommt in wenigen Wochen um die Ecke, da wird man auch in der Testphase das erste Mal reinschauen und dann müssen wir uns jetzt natürlich die Sache stellen, sind die Features, die Diablo 4 jetzt mit dem neuen Add-on auffährt, unter anderem eben Runensystem, die komplette Überarbeitung von den gesamten Grundmechaniken, die Überarbeitung von dem Loot- und Drop-System, ist das gut genug, damit es die Leute wieder vor dem PC oder vor den Konsolen bringt? Das schauen wir uns jetzt in dem Video an und wir starten einfach mal mit einem Clip aus den letzten Tagen von Hardcore. Lasst den einfach mal auf euch wirken. Game Crash. Tja, ich würde sagen, das ist ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für einen Game Crash. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Ja, habt ihr ihn wirken lassen? Es war halt leider im Hardcore mit den Game Crashers, was seit den neuesten Hotfixes immer wieder vorkommt, ein Standardproblem, dass das Spiel leider nicht mehr sehr stabil läuft bei den meisten Spielern, liegt einfach daran, dass es meiner Meinung nach etwas zu früh rausgekommen ist und die Testphase einfach zu kurz war. Das sieht man in den Ranglisten, in der Bitstufe hier zum Beispiel bei dem Versen Balancing, also der Spirit Bond, die neue Klasse, ist halt 50 Stufen überall in anderen Klassen. Also hier vom Potenzial und so weiter, da kann man nicht ganz reden, da müsste auf jeden Fall mal eingegriffen werden. Und das Zweite ist halt, dass wir jetzt eigentlich alle zwei bis drei Tage so Hotfixes, Minipatches und sonstiges sehen. Du bist halt praktisch live im Entwicklungsprozess. Ja, das muss man hier mal dazu sagen, aber es ist gar nicht so Thema, sondern Thema ist, lohnt sich der Wiedereinstieg? Es gab von der Qualität her sicher schon in der vergangenen Zeit mal den ein oder anderen Patch, wo das Diablo ein bisschen stabiler lief oder so weiter. Aber es gab bis jetzt noch kein Diablo, zumindest kein Diablo 4, wo du einfach mal wieder Spaß am Farmen hattest. Und das ist Punkt 1, dem Umbau der Systeme geschuldet. Das ist einfach dem geschuldet, dass es jetzt Diablo 3 sehr ähnlich ist. Das ist dem geschuldet, dass die Schwierigkeitsgrade jetzt auch wirklich einen Einfluss haben und das Freispielen der Schwierigkeitsgrade auch essentiell und schwer ist. Also das ist wirklich eine Herausforderung, die frei zu spielen, auch dann im Anschluss mit der Season-Reise. Vor allem, wenn man jetzt dann zum Beispiel Hardcore spielt oder eine andere Klasse als den Spirit Pwn. Jede Klasse hat natürlich die Möglichkeit, den höchsten Schwierigkeitsgrad, in dem Fall Qual 4, zu erreichen über die 65er Bit. Das wurde ja nochmal nachskaliert, aber es ist halt für alle Klassen deutlich, deutlich schwieriger als für den Spirit Pwn und allein auch die Quest-Reihe. Also wenn ihr die Hauptquest, das musstet ihr ja machen, die Kampagne gespielt habt, dann dort auf Normal wird es teilweise schon knackig. Höhere Schwierigkeitsgrade ist einfach wirklich eine Challenge, um das Ganze hier abzuschließen. Von den Features her, wir machen einfach mal eine ganz trockene Feature-Liste, was man macht. Also, man erstellt sich einen Charakter, man springt über die Story drüber, also über die Base-Story, spielt die Add-On-Story. Die ist gut, hört dann abrupt auf, was sehr, sehr viele Leute enttäuscht. Lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen mit dem, blöd gesagt, Open-End. Da wird halt schon der Weg bereitet, gleich für das nächste Add-On, weil der große Plan von Diablo war ja jedes Jahr ein Add-On. Und der Plan wird nicht aufgehen, da hat auch der Ferguson schon ein bisschen zurückgerudert, weil das schaffen sie zeitlich nicht, weil sie ja Diablo in den letzten sieben Monaten dreimal umgebaut haben. Und deswegen geht das hier mal grob gesagt nicht. Aber wir sind jetzt hier auf einem Kurs, wo du einfach mal einloggst, Spaß hast und im Groben auch wieder mal verstehst, wie das Spiel funktioniert. Weil wenn wir uns mal die Klasse anschauen und wir uns mal dann nicht nur die Stats oder so anschauen, sondern einfach mal darüber nachschauen, welche Werte haben denn Items? Was ist denn besser? Was ist denn schlechter? Wie funktioniert denn das Codex-System? Wenn ihr euch da zurückerinnern könnt, wie kompliziert das war mit den ganzen Aspekten, die man aufbewahren musste, wo man keinen Platz mehr in der eigenen Truhe hat, wenn man den gleichen Aspekt dreimal mitgenommen hatte, weil wenn man ein neues Item kriegt, der den Aspekt drauf tun müsste, ist jetzt alles weg. Du trägst die Sachen zum Schmied, es wird alles gedisst, blöd gesagt. Die Aspekte, die besser sind, kommen automatisch in deinen Codex rein und du hast jederzeit den vollen Zugriff drauf und kannst so viele Items damit umwandeln, wie du möchtest. Das Crafting-System, was eingeführt worden ist, dann auch mit Season 4, dass du praktisch die Base-Items findest und die dann nach und nach mit dem Temporing die Werte raufrollst, die du für dein Bild brauchst, die du für deine Skillung brauchst und dann im Anschluss noch in das Masterworking reingehst, um das weiterhin zu verbessern und zu verstärken, sind einfach Systeme, was einen gewissen Wiederspielwert für die Spieler bringen und was auch dafür sorgen, dass es einfach Sinn macht, das Ganze hier noch ein bisschen weiter zu farmen. Irgendwann erreichst du dann zwar diesen Punkt, dass du so stark bist, dass es nicht direkt Sinn macht, noch weiter zu spielen, weil du eh schon mehr oder weniger alles geklärt hast, aber es ist einfach ein logischer Farm-Ablauf und eine logische Charakter-Progression und du denkst dir, ah okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das. Auch die Überarbeitung des Paragon-Systems und die Überarbeitung des Glyphensystems, Paragon-Max ist jetzt 300, die XP-Kurve ab so 220, vielleicht 250, zieht richtig an. Das heißt also hinten raus für die letzten 50 bis 25 Paragon-Level, da brauchst du richtig, richtig lange. Also ich glaube, ich habe mal was gesehen von 0 bis 250 oder nee, von 0 bis 285 dauert genauso lange, wie dann von 285 bis 300. Also das ist schon eine relativ harte Geschichte. Ist aber Gott sei Dank nicht notwendig, weil für die meisten Klassen reicht das aus, wenn ihr mit dem Rufsystem, da gibt es ja auch nochmal Punkte, wenn ihr dann so auf 200, 220 seid, habt ihr genügend Punkte um eure fünf Paragon-Boards, die ja begrenzt worden sind, um das Ganze voll zu machen. Also das ist mal gut und dann kommen wir hin zu dem, was einfach in Diablo wichtig ist, das ist der logische Ablauf, wenn es um das Farmen geht. Die wenigsten Leute, die Diablo spielen, möchten sich stundenlang mit irgendwelchen Free Recrafting oder sonstigen beschäftigen, sondern die möchten einfach ein bisschen spielen, die möchten ein bisschen abschalten, die setzen sich hin und sehen, okay, wo ist mein Charakter, ich log mich ein, welches Level hat er, was steht auf meiner To-Do-Liste und da hat Blizzard einen guten Schritt nach vorne gemacht. Punkt 1, die gelbe Quest oder auch diese lila Quest, die immer wieder auf der Seite aufblinken, die Sachen, wo es darum geht, ja, einfach zu ermitteln, was mache ich als nächstes, was mache ich denn heute als nächstes und da siehst du dann eben drinnen, dass zum Beispiel sagt, ah, okay, Undercity. Heute ist mal ein bisschen die Undercity dran, ich habe noch die Quest, die freizuspielen, ich kann in der Undercity, jetzt die, nachdem es ja auch schon gepatcht wurde, gezielt ein bisschen Loot farmen oder Gold farmen oder Runen oder Beschwörungsmaterialien farmen, um dann anschließend damit praktisch die Bosse zu töten, um dann bei den Bossen meine speziellen Unique Items zu bekommen oder besser gesagt, vielleicht sogar das ein oder andere lila Items, diese mythischen Items. Auch das Runensystem, wo Blizzard nochmal nachgelegt hat, das ist jetzt kein klassisches Runensystem, wie man es vielleicht von Diablo 2 kennen würde, sondern es ist halt ein kleiner und erster Anfang, um dort wirklich reinzugehen. Aber wenn man jetzt einloggt, hat Diablo das allererste Mal ein System, wo man sich ernsthaft überlegt zu sagen, gehe ich heute in die Undercity um ein paar Materialien farmen, spiele ich ein paar Bosse, um die Materialien, die ich schon habe, runterzuspielen oder spiele ich die Kompasse, also Infernal Hordes, die Höllenhorden, um drüben am Ende Items zu bekommen, die einen garantierten Greater Affix haben, das ist jetzt ja das stärkste Itemsystem, was man jetzt hier hat, oder die höchstwertigen Items, inklusive nochmal Materialien für das Aufwerten. Oder aber gehe ich in die Pit, um meine Glyphen noch ein bisschen aufzuwerten, um da einen Feinschliff zu machen und wenn diese ganzen Sachen nicht funktionieren, dann muss ich sowieso in die Hellheit gehen, also in diese Höllenflut, weil dort kann ich die Ressourcen nachfarmen, um hier einfach nochmal das eine oder andere zu machen. Ja, ich hatte euch das letztes Mal das erklärt mit so einem Farm Dreieck, mittlerweile ist es ein Farm Viereck, wenn ihr es nicht kennt, werde ich euch unterhalb verlinken, da geht es im Endeffekt darum, um die Eckpunkte, die man jetzt in Diablo abfarmt und man hat jede Menge Spielspaß, Spannung, kriegt neue Items und du hast einen natürlichen Flow einfach von Gegenständen und so weiter. Es ist jetzt bei weit noch nicht alles perfekt optimiert, das ist gar keine Frage, aber Diablo 4 ist jetzt mit dem Add-on mal in einem Status, wo man sich einfach mal hinsetzt und einfach mal einige Stunden spielen kann und zwar wirklich einige Stunden spielen kann, um da einfach mal Spaß zu haben, man bringt den Charakter voraus und das fühlt sich nicht nach verlorener Spielzeit an, wenn man stundenlang versucht, irgendwas zu farmen, sondern es ergibt sich alles, blöd gesagt, ein bisschen natürlich. Also je länger man Diablo 4 nicht gespielt hat, umso besser. Also die Gewinner sind jetzt die Leute, die jetzt wieder einsteigen und Diablo 4 das letzte Mal vielleicht noch mit Season 1 gespielt haben, die erkennen das Spiel nicht wieder, weil die ganzen Systeme anders sind, die Aspekte wurden halbiert, die Werte auf den Items, das wurde alles halbiert. Die ganze Sache wie den Bittstufen, Uber-Boss und so weiter, hat es alles nicht gegeben. Also jetzt bist du da, wo du sagen kannst, okay, so hätte Diablo 4 eigentlich released werden sollen, dann wäre das mit Season 1 und 3 und so weiter mit den Abstürzen der Spielerzahlen gar nicht erst passiert, weil da hätten die Leute Spaß dran und man hätte zusätzlich jetzt ein Jahr Zeit gehabt, um komplett neuen Content einzufügen und die bereits vorhandenen Systeme noch ein bisschen zu optimieren. Also es gibt jetzt hier noch ein paar Kinderkrankheiten, das sieht man vor allem beim Tempering, das haben wir schon öfter mal angesprochen, dass wenn ihr sehr gute Items habt, aber dann beim Schmied die verbessert oder neue Werte hinzufügt und ihr schlagt trotzdem dreimal daneben, dann hast du zwar die Rolle, um das zurückzusetzen, aber es ist bei weitem noch nicht das perfekte System, vor allem weil du den Wert, den du schon hast, nicht behalten kannst, sondern da musst du halt einfach immer volles Risiko gehen. Die Re-Wall-Kosten sind teilweise absurd hoch, es fehlt auf jeden Fall eine Rüstkammer, einen Armory, wo die Leute mal ihre Skillungen abspeichern können, weil mittlerweile, weil du die unterschiedlichen Punkte hast, du spielst eine andere Skillung, wenn du in der Pit nach oben gehst oder nach oben pushst, du spielst eine andere Skillung beim Speedfarmen, wenn du praktisch Infernal Horts oder Helltides machst, das sind dann alles, alles immer wieder andere Skillungen und da wäre es, glaube ich, ganz gut, den Leuten mal die Möglichkeit geben, das hier auch einfach mal abzuspeichern und dann bequem einsteigen zu können. Das wäre super, aber das sind alles so ein paar Kinderkrankheiten, die hoffentlich demnächst noch ausgebessert werden. Auch das Trading, Diablo 4 ist alles handelbar außer den lila Items, musst alles extern machen, dass es kein In-Game-Auktionshaus gibt, wo die Leute ihre Runen traden oder Sonstiges. Also da wäre das noch ganz wichtig für ein bisschen Quality of Life, aber für den Wiedereinstieg, für die Leute, die jetzt Diablo 4 zufällig irgendwo auf der Festplatte gefunden haben und sich denken, okay, jetzt kommt ein schlechtes Wetter, jetzt kommt eine Schlechtwetterphase und so weiter, soll ich da ein paar Stunden reinspielen? Das lohnt sich auf jeden Fall. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, weil das dauerhaft Thema ist, 40 Euro für ein Add-on in dem Umfang mit allem Drum und Dran ist nicht übertrieben, kann man auf jeden Fall mal investieren, um hier jede Menge Spaß zu haben. Die Besten sind jetzt, die noch gar kein Diablo 4 gespielt haben, weil dann nimmst du das Grundspiel mit dem Add-on in Kombipaket gekauft und bist einfach mal 100 Stunden super beschäftigt, allein um mit der Story und so weiter alles durchzuspielen. Also da bist du gut dabei. Was natürlich eine ganz andere Geschichte ist, ist, wenn man den Shop aufmacht und die Einzelpreise von Mount sich anschaut oder von Rüstungen oder Sonstiges. Also das ist etwas, was man sehr stark gemerkt hat in den letzten Wochen und Monaten in Diablo 4, dass der Shop super stark ausgebaut wurde. Wo Diablo 4 rauskam, gab es zwei Skins im Shop und die waren super hässlich. Jetzt mittlerweile, da sitzt wieder ein eigenes Team dran, da gehen sehr viele Ressourcen in den Shop rein. Man hat ja auch gehört, dass der Shop angeblich an die 150 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat im ersten Jahr. Also da wurden schon einige Skins und Mounts gekauft, aber das ist ein anderes Thema. Im Shop muss man nichts kaufen. Auch der Battle Pass Season kann man alles kostenlos spielen. Da geht es rein um kosmetische Sachen, Gott sei Dank. Und die müssen nicht genommen werden. Und deswegen ist das abschließende Fazit. Es ist viel zu tun. Es hätte qualitativ auf jeden Fall ein bisschen höherwertiger sein können. Aber mit Diablo 4 und dem Add-on ist Diablo aktuell in einem Status, wo man einfach einige Stunden Spielspaß hat. Und wenn man die durch hat, kann man auf Alternative in Games wechseln. Wie gesagt, es kommen jetzt ja noch ein paar und man wartet dann gespannt auf Season 7 beziehungsweise Season 8, um zu schauen, ob sie den Kurs halten können und auch um zu schauen, ob die ganzen Kinderkrankheiten ausgebessert werden. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir die Frage für den Wiedereinstieg beantwortet. Das habe ich euch auf fast 15 Minuten gestreckt. Ihr kennt mich ja. Wenn ihr persönliche Anmerkungen oder Erfahrungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Auch, wann ihr das letzte Mal Diablo 4 gespielt habt oder ob ihr es aktuell spielt, würde ich spannend finden. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.